Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal! Es geht weiter mit Die Sims 2! Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Romy. Und ich habe jetzt schon ein bisschen nach Lösungen gesucht für unser kleines Problemchen, dass der gute Christoph ja, naja, ein bisschen puttputt ist. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir, ne? Also, ich habe sehr lange überlegt und es wusste jetzt auch leider keiner, wie man mir helfen kann. Ich habe teilweise in Foren geschrieben und gefragt und keine Ahnung, auf Sims Twitter rumgefragt. Leider wusste keiner, wie man den Fehler bei Sims behebt. Deswegen haben wir uns, also habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass wir jetzt einfach die Verlobung in irgendeiner Form auslösen. Es könnte sein, dass wir irgendwie die Beziehung ganz löschen müssen oder keine Ahnung. Aber ich schaue einfach mal, wir müssen auf jeden Fall ihn besuchen gehen, weil sonst klappt das nicht. Also, weil über das Menü, wenn ich hier draufklicke mit Steuerung oder sowas, passiert halt nichts. Nicht mit Rechtsklick. So, wir brauchen halt so ein Menü und dann müssen wir halt mal gucken, ob man dann halt irgendwas rankommt. Und ich meine, sie hat ja auch ganz viele Wünsche, dass sie jetzt doch irgendwie nochmal mit jemandem was hat, ne? Also, ich meine, ist ja auch nochmal was anderes, wenn sie sich nicht wünscht, mit Christoph was zu machen, sondern mit jemandem. Und deswegen schauen wir einfach mal, wo dann unsere Reise hinführt. Ich lasse erstmal das Spiel weiter starten und dann hier so ein paar, das Geld und so gönnt man sich hier, ne? Ja, dann müssen wir halt mal schauen, für wen wir uns dann hier in irgendeiner Form entscheiden wollen. Ich weiß halt nicht, wie es mit Raoul zum Beispiel hier aussieht, ne? Hat der irgendwie einen Partner oder wie schaut's aus? Wissen wir das vielleicht sogar schon? I don't know. Wir können ja mit ihm reden und ihn dann fragen. Wieso kann ich ihn nicht fragen? Ah, ich hasse es. Wieso läuft einfach permanent das Radio, Alter? Wir können ihn ja einfach mal abchecken gleich und entweder passiert was Gutes oder halt nicht. Weil eigentlich verstehen die sich ja ganz gut. Wieso gehen sie? Er, wow, er verlässt uns einfach. Dann nicht. Ich meine, so langsam müssen wir uns ja auch wirklich beeilen, weil ich meine, in 17 Tagen wird sie schon zum Senior, ne? Und, also ich meine, 17 Tage ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber wir müssen jetzt erstmal mit jemanden, also jemanden finden, mit dem zusammenkommen. Den, mit dem Verloben, mit dem heiraten. Dann müssen wir noch ein Baby zeugen. Und das nimmt halt schon einige Tage in Anspruch, ne? Und dann müssen wir schon ein bisschen ratzi-fatzi machen, weil sonst ist das hier ein bisschen kritisch. Weil das funktioniert hier alles nicht so schnell, wie wir uns das manchmal wünschen. Sie hätte die ganze Zeit wünscht, dass sie mit irgendwen flirtet und sowas, ne? Also von daher, I'm sorry. Aber da hat jetzt leider Christoph ein bisschen verkackt. Wenn er glitscht, dann können wir nichts für. Oh Mann, es tut mir so leid. Die waren so süß. Ja, umziehen müssen wir dann ja im besten Fall auch noch. Weil, wer will denn hier wohnen? Also auf Dauer mit einem Kind. Guck mal, der Schnee ist weg. Cool. Dann können wir Tür klopfen und dann kann ich ja mal gucken, ob man das in irgendeiner Form ercheaten kann. Starte mich hier an. Hallo? Leave me alone. I didn't do anything. Ja, die sind keine besten Freunde mehr, ja. Ich versuche das hier gerade ein bisschen zu ercheaten. Es ist so nervig, Alter. Ich will doch jetzt nur, dass der dann... Weil, weißt du, dann kann er halt einfach sterben. No hate. Ich kann ihn noch nicht mal töten. Guck mal, ich drücke Kill. Die bei Fleiß. Oh. Okay, jetzt geht's. Seufzen. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, Romy. Ja. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, insgesamt gesehen, ne? Aber wir haben halt einfach keine andere Möglichkeit mehr gehabt. Naja. Ein Apartment treffen. Was heißt denn am Wochenende? Man setzt nicht, würde ich sagen, ja. Ah, da ist Raoul. Ich meine, dann könnte man es jetzt zumindest mal versuchen, so mitten in der, you know. Wenn er jetzt eh schon so chillt. Oh mein Gott. Als ob hier jetzt der Grabstein steht. That's wild. Und dann, wie gesagt, können wir ihn ja mal abchecken. Und vielleicht findet er uns ja auch geil. Ich meine, so Chemie und so ist ja jetzt gerade nicht so. Aber das muss ja auch nicht zwingend sein, um sich toll zu finden, wa? Und grundsätzlich sieht das ja hier von der Leiste her auch ganz gut aus. Aber nee. Boy, stopp jetzt. Ich will dich jetzt abchecken. Ne, 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 ne. Leute. Ich möchte doch nur diesen Sim daten, Mann. Irgendwen. Irgendwen. Ist der auch tot, oder was? Plaudern geht, aber ich kann ihn nicht anflirten. Was zur Hölle? Okay. Auf das Flirten jetzt geht er ein. Ist doch nice. Uh. Er hatte Herz. Ich will zicken Welpen. Oh. Mega süß. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist. Gefühle für Christoph verlieren. Christoph ist ein Zombie. War er schon vorher. Welpen oder Kätzchen bekommen. Ah. Geil. Oh, nice. Wir haben jetzt das Merkmal verknallt. Scheiß drauf, Alter. Wir versuchen es einfach. Bro, jetzt will sie auch Kätzchen hier. Oh mein Gott. Ihr alter Ex-Verlobter ist einfach verstorben. Und sie so. Bro. Wir suchen uns direkt einen neuen. Okay, er geht jetzt. Aber ich finde es grundsätzlich gut. Und sieht das jetzt auf? You go, girl. Ich weiß noch nicht mal, ob Raul überhaupt so ein Pre-Made-Towny ist. Oder ob der generiert wurde. I don't know. Aber wir nehmen den jetzt einfach. Nein, du beobraschst jetzt nicht den Kampf. Du gehst jetzt zur Arbeit, girl. Das ist wichtiger. Geh zur Arbeit. Yay, 404. Wieso schneit es jetzt schon wieder? Hallo. Als ob das kaputt gegangen ist. Willst du mich verarschen? Ich werde sie definitiv nicht diesen PC da reparieren lassen. Weil sie hat noch nie irgendwas repariert. Oh, Raul ist hier. Streicheln können wir ihn. Uh. Das findet ihr dann wieder geil, ne? Aber streicheln ist ihm zu viel, oder was? Ich will dich streicheln. Äh. Wenn ich einen Screenshot mache, ist das so laut, Junge. In der Ha... Also, wenn ich dann auch schneide. Ich bin immer richtig schock. Er will nie gestreichelt werden. Okay, dann streichle ich dich nie wieder. Bro, wieso geht er immer? Wenn wir mitten im Ding sind. Ich dachte, jetzt sag ich so, vielleicht zieht er einfach schon bei uns ein oder so, damit es diesmal wirklich keine Probleme gibt. Guck mal, wir können Reparatur anfragen. Cool. Wie wär's, wenn wir das einfach machen? Wo der nie zu Hause ist. Warum seid ihr nie zu Hause, Alter? Hier, schauen wir ein bisschen Fernsehen. Was ist dir verdient? Guck mal, Leonard hier repariert das. Toll. Nächster Mal, wenn wir Raul sehen, dann sag ich, dass ich... dass der bei uns einziehen kann. Ich war ganz ehrlich, an dem Punkt... Was soll denn schief gehen? Oh, Adelheid ruft wirklich jeden Tag an. Das ist so süß. Diese Dinger sind auch im Schlafanzug rumläuft. Oh mein... Christoph fliegt jetzt hier als Geist rum. Oh mein Gott. Creepy. Man kann immer noch nichts mit ihm machen. Er ist einfach done. 5000 hat sie insgesamt verdient. Ah, cool. Ja, sie geht einfach mal schlafen. Morgen ist dann der große Tag, wo wir ihn einfach fragen, ob er bei uns einzieht. Und vielleicht können wir ihn dann ja auch schon fragen, ob er mit uns zusammen sein will. Wir treffen uns am besten auf einem Gemeinschaftsgrundstück. Oh mein Gott, wir müssen Miete zahlen. Wo gehen wir denn hin? Guck mal, Kunstmuseum. Ist doch toll. So. Ihn haben wir nebenbei auch mitgenommen. Dann küssen wir natürlich erstmal. Ich glaube, der ist ja eigentlich alles ganz gut hier mit uns, ne? Also von da ist doch toll. Kopf auf Schulter ist okay. Uh. Liebe. Ich habe mal rumschmusen gedrückt, ne? Also nicht wundern hier, wenn die gleich ein bisschen rummachen. Wir könnten uns jetzt auch schon direkt verloben. Ist das irgendwie zu weit aus dem Fenster gegriffen? Sagt man das so? Oh mein Gott. Fakt ist shit, Alter. Wir versuchen es. Entweder er sagt ja oder sagt halt nein. Nabdorch. Rammetabloch. Es ist trocken. Froman. Blatty. Oh, Klamasch. Oh, Miku. wilde Frage. Oh mein Gott, und er sagt jetzt so, nö. Er mag eigentlich keine Blonden. So, spieg mal Schere, Stein, Papier. Los, auf geht's. Woo! Harry winzig ist aber auch Hottie, ne? Also, woo. Das ist genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Was für eine wunderbare Zeit. Wob mir die Chance, langsam berühmt zu werden. Immer mehr Sims wird klar, was du eine dufte Sim du bist. In nächster Zeit wird dir Gutes widerfahren. Okay. Sie möchte auf jeden Fall heiraten. Vom Blitz getroffen werden, hat sie Angst. Kann ich verstehen. Sie möchte natürlich nicht stehen gelassen werden am Altar. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben das eine Mal gelernt, dass die Zeit auf jedem Grundstück anders verläuft. Demnach müsste es ja dann noch immer in der Früh sein. Ja, hier ist es auf jeden Fall noch halb zehn in der Früh. Kann man auf jeden Fall die Miete zahlen. Hochzeitsreise buchen. Süß! Ich freue mich schon, dich zu sehen. Süßi! Weil dann haben wir jetzt endlich mal auch zwei Leute im Haushalt. Das ist dann viel cooler. Vorschlag einziehen. Okay. Na komm. Gönn. Raul zieht ein und zahlt 9000 in die Familienkasse mit ein. Das ging schnell. Okay, wenn ich jetzt hier mit ihm zusammen auf dem Rundstück bin, kann ich auch sagen, hier Hochzeitsfeier. Das heißt, es müsste alles funktionieren. Oh mein Gott, wenn man Rechtsklick auf den Sim drückt, dann ändert sich das. Wie geil. Okay, was wünscht er sich so in seinem Leben? Unbekannten Sim treffen? Flirten? Oh, er hat Angst, dass Romy stirbt. Oh! Er ist befreundet mit Jörg Gärtner und mit Jessica Peterson. Er arbeitet als Tellerwäscher. Er hat Romy getroffen, mit Romy Freundschaft geschlossen, geküsst. Zwischendrin hat er, war er anscheinend im College. Er hasst blondes Haar, aber er mag Make-up und Brillen. Hm. Seine Vieligkeiten sehen eigentlich auch ganz gut aus. Die sind ganz gut verteilt, würde ich sagen. Wir werden auf jeden Fall eine Hochzeitsreise antreten hier mit denen, ne? Das ist schon irgendwie süß. So, mit dieser neuen Liebe sehen wir uns dann. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Also, es war auf jeden Fall sehr aufregend, meiner Meinung nach. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dahin und Tschüss!